Ja, wieder sensationelle Neuigkeiten. Nach Bündnis 90 Die Grünen ist jetzt in Deutschland in Arbeit Bündnis 21. Die versuchen also auch die Basis Deutschland und so weiter, alle Parteien zusammenzubringen. Und da haben wir gestern, ich weiß nicht, ein bis zwei Stunden ein tolles Telefonat geführt und die haben also nochmal klar gemacht, dass nur dann viele Parteien natürlich bereit sind, an einem Bündnis 21 teilzunehmen, wenn sie sich auch gesehen fühlen. Und das Problem ist, dass man ja bisher immer dann sich auf ein Parteiprogramm einigen musste und dabei gingen ja immer die Reformvorschläge der vieler Parteien verloren. Und unser Konzept ist ja da extrem hilfreich, nämlich sozusagen nicht auf ein Programm runterzubrechen, sondern auf ein Volksentscheid-Wahlprogramm von Bündnis 21.de runterzubrechen. Und dadurch hier fünf Vorschlagsgruppen zu haben, sodass also im Prinzip jeder Reformvorschlag, jeder der vielen kleineren Parteien sozusagen einer Gruppe zugeordnet wird. Und dann die Wählerinnen nach der Wahl, nach der erfolgreichen Wahl konsensieren dürfen, welche Gruppe von Reformkonzepten trifft auf den geringsten Widerstand und gewinnt insofern. Und dann können wir eben zum Beispiel über den nächsten anstehenden Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, die dann ja auch eingeführt werden und über die oder über simulierte Vorwahlen, Mini-Volksentscheide, können wir dann innerhalb kürzester Zeit runterklären, welche, nehmen wir mal an, die Gruppe mit dem Reformvorschlag der Next Scientists for Future wird von den Wählerinnen gewinnt bei den Wählerinnen. Dann spaltet man das, diese Gruppe wieder in nochmal fünf Alternativen aus, mit mehr Neudatenverwendung, Null-Neudatenverwendung und so weiter, splittert das also nochmal in fünf Varianten auf. Auch die ähnlichen Konzepte der anderen Parteien auch, splittert man nochmal auf und dann können die Wähler wieder konsensieren, wenn auch vielleicht nur in einer simulierten Vorwahlen-Mini-Volksentscheid mit einer möglichst repräsentativen Wählerstichprobe. Und dann könnte man das noch einmal auch im Zweifelsfall ruhig noch einmal oder mehrmals nochmal auf fünf aufsplittern und dann sieht man, was die Wähler letztendlich wollen. Und vielleicht kann man dann das Endergebnis nochmal wirklich die letzten fünf dann nochmal in einem großen Volksentscheid machen, sodass man also nochmal wirklich eine volle Bestätigung hat, wer dann der Sieger ist. Und wir hoffen natürlich, dass die Wähler sich dann für den Next Scientist for Future.de Vorschlag zum Beispiel der Gesundheitsreform entscheiden, nämlich dafür entscheiden, dass endlich, endlich der Arzt nicht belohnt wird, wie bisher, dass wenn er möglichst viel verkauft und ein möglichst großes Verkaufsgeschäft aufzieht an Maßnahmen, Medikamenten und so weiter, sondern dass er die größten Verdienstzuschüsse kriegt und andere positive Anreize kriegt, Wenn er sozusagen verhindert, dass ich mit seinem Freizeit- und Wochenendkursangebot mir hilft, dass ich nie Krebs bekomme, nie Herzinfarkt, nie schwere Erkrankungen und so weiter und dann kriegt er am meisten Verdienstzuschüsse. Ja, dass auf dieses Gesundheitswesen warten doch die Bürger schon seit Jahrzehnten. Nun gut, ja und von daher sozusagen, dann ist noch eine neue Meldung. Wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass die österreichische, der Vorstandsvorsitzende und Vize, zweite Vorsitzende von die Basis Österreich, AT für Österreich, sozusagen, dass die jetzt erst einmal von, ja circa 20.000, wir arbeiten also daran, dass es jetzt so Richtung geht. Wir setzen unseren gesamten Etat ein. Sie wissen ja, dass wir von außen keinen Cent annehmen dürfen, damit wir nicht käuflich werden als Weltrat und Next Scientists for Future und nur der Wahrheit verpflichtet bleiben. Und aber das, was intern gespendet wird, von den Mitgliedern intern gespendet wird, das dürfen wir natürlich verwenden. Und da gehen wir jetzt sozusagen all in und setzen alles darauf, dass die Vorstandsvorsitzenden von die Basis Österreich, jetzt 20.000 Österreichern bekannt werden. Und wir hoffen, dass mit diesem Anschub sozusagen es dann gelingen möge, dass wir gemeinsam die 5% erreichen. Und mal gucken, vielleicht, wenn sich das mit dem Bündnis 21 hier in Deutschland dann sehr schnell, sehr konstruktiv entwickeln würde, könnte man vielleicht noch einen Teil der Gelder umlenken, auch indem man das Bündnis 21 auch in Deutschland mal noch vielleicht mit ein paar Tausenden von Bürgern näher bringt, sodass dann die gute Nachricht auch in die deutsche Bevölkerung einsickern kann. Ja, soviel für diese tolle neue Nachricht. Tschüssi, bis bald. Na, wo bist du?